hallo zusammen ich bin böse gummi baum und ich werde wieder live streamen und zwar heute abend um 19 uhr werden wir anfangen heute ist der mittwoch der 13 märz wir werden battleborders spielen und dann ein bisschen battleborders spielen vielleicht noch ein bisschen battleborders spielen und aufhören wenn wir damit ein bisschen battleborders spielen das habe ich fest vor das wird getan werden und machen wir vielleicht vorher doch slay the spire vielleicht spielen wir zuerst noch den daily ich habe gerade kein slay the spire video vielleicht machen wir okay das war eine lüge wir machen zuerst den slay the spire daily oh gott aber der titel lügt wenigstens nicht und den titel mache ich erst nachher es wird auch hoffentlich alles gut gehen ich bin mir noch nicht ganz sicher weil ich kann mein pc neu aufgesetzt habe das ist das erste video das ich auf dem neu aufgesetzten pc mit einer mit einer ähm wie heißen die dinge denn schnelle festplatte shit ich habe gerade vergessen wie die dinge heißen wie heißen die dinge solid state ssd solid state genau festplatte als windows partition also partition also nicht volume festplatte und dann auch partition all right fuck it ich habe zu viel mit festplatten rumgeschissen gerade von dem her bin ich leicht verwirrt aber das ist ja eh normal so all right jetzt ist das video schon eine minute lang wurscht ich hoffe was habe ich gesagt drüber auf www.twitch.tv schrägst du spürst du gummibäum 19 uhr battle brothers und slay the spire wahrscheinlich höchstwahrscheinlich sehr sicher bis dann